Ach, Mann, oh, ich hasse diese Dungeons. Knackarsch voraus. Mann, oh, Mann, oh, jetzt noch in die Lava fallen und alle Seelen wieder rip. Ich sehe es kommen. Oh, Mann, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bruder, so spannend, Nasenbluten-Style. Mach keinen Scheiß! Oh, wieder vergessen, den Hund. Oh! Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein! Oh, nein! 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 Minus... 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 55k oder so. Minus 50, glaube ich, ne? Oh, Digga. War... rum. Vor allem, ganz ehrlich, mega, mega eigene Schuld wieder, weil... Ich weiß nicht, ob das auch... Ob das nur bei mir so ist, aber... Ich vergesse immer sofort, welche Gegner da standen, so mäßig. Ich merke mir doch nicht jeden fucking Gegner, wo die stehen, Alter. Die hat man gerade mal getroffen, Bro. Imagine, du stirbst an denen. Das ist halt eigentlich so bad. Wenn du einfach mal über die Skelette drüber fährst, ist schon funny. Ich vergesse immer, wie die da warten, die 31er. Ich bin halt auch wieder absolut in den Raum reingesprunt, gesprintet, ey. Ey, Mann, oh... Ey... So sauer. Und so arm. Oh, ja, die Komo fühlt sich so gut an. Junge, knallt die rein. Geil. Oh, ho, Junge. Da bin ich mal das Spaßpaket aktiv. Ah! Geile Waffe, Digga. Oh mein Gott, wenn wir noch ordentlich was in Geschicklichkeit und Glaube prügeln. Ich würde die Waffe richtig reinknallen. So, Chat, wo muss ich hier jetzt lang? Warum trägst du nur Tanga? Ist grad gemütlich, Digga. So schön frei unter dem Sack. Unten am Sack. Wooh! Okay, ich gebe es wirklich zu. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding da nochmal dreht. Damit habe ich wirklich nicht jetzt gerechnet, Alter. Bruder, das Game. Minus 50k. Ah, oh lol. Ich bin gar nicht tot, wenn ich jetzt manchmal falle. Digga, der Dungeon einfach schweißtreibender und anstrengender als der Boss selber wahrscheinlich. Und der Boss wird mich safe auch richtig rippen. Ich bin schon hyped. Ich hoffe, ich komme nie durch. Ich will gar nicht wissen, wie viel Damage der Pfeil macht, wenn er treffen würde. Aber der schießt nur einen Chat. Es gibt doch welche, die schießen so ganz viele Schnelle. Wisst ihr noch, oben im Schloss, der uns da so hops genommen hat. Junge, Junge. Wie viel Damage der macht mit diesen Schüssen. Komplett gestört. Ich glaube, ich muss echt hier den Ausdauer-Talisman machen. Rein, reinnehmen. Machen wir einfach keine Ausdauer, weil die Waffe so viel verbraucht. So, Chat, bitte. Bitte. Bitte send Health. Wie komme ich hier raus aus dieser Hölle? War ich da gerade richtig, wo dieses Viech beschworen wurde? War ich da richtig? Ich bin nicht? Ach, ach, ach... Ach, ach... Dünne Brücke links runter. Bro, ich muss rechts rein. Da, wo der Typ spawnt. Wieder die Seelen weg. Oh Mann, die ganzen Leute haben wieder den Spaß ihres Lebens und ich werde totgefickt. Die Junge dumm ist sterblich. Oh, der gierige Boss. Keine Sorge, Chat. Den Weg habt ihr heute nicht zum letzten Mal gesehen. Wissen wir, Ehre. Die Seelen nehmen wir mit. , Ehre. Das war's. So. Und wie zur Hölle muss ich ihn jetzt runterfahren lassen? Aber er dreht nicht, der 31er. Oh mein Gott, da geht's lang! So versteckt! Oh mein Gott, das ist so fies. Du denkst nämlich, da vorne geht's weiter. Oh mein Gott, das haben sie wieder so geil gemacht, die kleinen 31er. Das haben sie ja wieder gut gemacht. Solche Lümmel, Digga. Hier geht's gar nicht lang. Das ist nur ein Item. Hilfe, Shit! Hä? Doch, hier muss doch irgendwo... Hä? Oh, oh, lol! Ja, moin! Schon Nasenbluten geschoben, Digga, wenn ich ganz ehrlich zeige. Oh, komplette Bluthundrüstung. Komplettes Kalmier-Ritter-Set. Der nackte Boss! Bin aber ziemlich tanky dafür, dass ich nur ein String anhab, finde ich. Das macht einfach das Sterben-Chat. Irgendwann, irgendwann, ähm, härtet das ab. Er wird auch unsere Haut zur Rüstung, versteht ihr? Hier. Bisschen randalieren. Oh, bitte nicht! Ah! Oh! Ah! 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 Wie geht's da weiter? Er ist reich! Da, wo ich diesen spawnenden Typ töte. Wie geht's von da weiter? Ach, Scheiß drauf schiebt ganz anders. Bitte, Chat, schreibt's mir rein. Ich hab jetzt... Ich will zum Boss. Fresse, Chris! Ecus! Why are you running behind sullene? Epsilon, are you running? Auf welchen Wagen fallen lassen, Chat? Welchen Wagen? Den da, oder was? Ihr verarscht mich, da sterbe ich doch. Nein, das ist nicht unterhaltsam. Wir haben ja auch keinen Spaß. Überhaupt keinen Spaß haben wir hier gerade. Bruder. Äh! Äh! Digga, wie ehrenlos die Dinger in mir drinnen stecken, die Pfeile. Wenn ich wenigstens die Seelen nicht verlieren würde, dann würde man wenigstens ein bisschen hier Seelen mitnehmen. Das wäre ja ganz okay. Geben schon gut Seelen, Bruder. Da weiß ich auch, anhand dessen kannst du so ungefähr einordnen, wie viel Damage dir der Boss reinprügeln wird. Das war wieder zu gierig. Oh, hä? Aber ich hätte es geschafft, hätte ich nicht jetzt so auf dem Schlauch gestanden. Da runterfallen geht nämlich. Ey, tut mir echt leid, Chat. Ich, ach, weiß, Digga, weiß nicht. Bro, ich wollte Progress machen. Schon wieder 20 Uhr, Mann. Noch nicht einen Step in der Hauptstory gemacht. Du, das Game ist einfach zu wild. Mann, nervt der rum. Wie viel knallt eigentlich die Heilung rein? Das ist mal eine saftige Heilung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich nehm noch alles mit, bevor ich die Endbombe droppe. Ich kann ja noch ne 3 Minuten Werbung reinfrügeln. Kenn ich noch meinen Partner Aim-Controller im Chat? Brauchst ne Bussi-Pause, die Freunde ist gar nicht da. Ja. 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 Das war halt wieder knapp. Ich liebe dich vom ganzen Herzen so sehr. Bruder muss gerade so los mit der Soße. Ich hatte Sex mit deiner Schwester, Sleepy. Das war schlecht. Also habe ich die Kari geghostet. So, Chad, wie geht es jetzt hier weiter? Zur Hölle nochmal. Springen nach links ins Eck. Ja, aber da waren wir doch vorhin drin. Das bringt mir nichts. Wie geht es dann weiter? Jetzt wirklich auf den Wagen rauf. Ihr habt recht, oder? Da hinten ist eine Fläche. Ihr habt recht, Chad. Ich dachte, ihr prankt mich. Aber die Balken sind dafür da. Deshalb wartet der hier auch so provokant lange. Und hier diese Seile sind, glaube ich, um das zu zeigen. Oh mein Gott, Chad, ich habe die ganze Zeit meinen Cheat nicht benutzt. Mit dieser Blasenrüstung könnt ihr nämlich einmal wegtanken. Ich habe das... Oh mein Gott, ist das creepy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, oh Gott. Jetpost. Oder bei Distortion auf ehrenlos minus 100k, Digga. Ich fühle und feiere es doch aber selber. Selber es abzubekommen. Es tut so weh. So angebrochen. Bro, aber wirklich so gut gemacht wieder, der Dungeon. So gut gemacht, Digga. Einfach schon fast zu gut. Also ich glaube, wenn ich den Chat nicht gehabt hätte, ich glaube, ich wäre hier noch 50 Mal gestorben, bevor ich das gesehen hätte. Dass man auf den fucking wagen soll. Mittlerweile habe ich die richtigen Kombos aber drauf. Wie ich leichte und schwere Angriffe kombiniere mit der Waffe. Ich habe so viel Leben, ne? Und ich habe nicht mal eine Rune drin, in Chat. Boah, ich liebe die Waffe, ne? Wenn sie echt langsam ist, aber sie gibt. Ich weiß nicht. Retalk. Ich weiß nicht. Die Waffe knallt. Geil. Wie lange sind wir jetzt in dem Dungeon? Bitte sagt nicht länger als eine halbe Stunde, Alter. Please no. Das fühlt mein ganzes Leben, bin ich schon hier. Warum habe ich versucht, auf Gierig vorhin durchzulaufen? Bro, was ist das? Warum passiert das? Das ist auch irgendwie, Bro... Das... Da haben die irgendwas gemacht. Der Vorsprung müsste groß genug sein, aber man rutscht immer weg. Ich glaube, man darf nicht sprintend runterfallen, sondern man muss langsam. Man muss langsam sich runterfallen. Aber weil man Panik hat, weil man das Ding im Hintergrund rattern hört, sprintet man halt. Und dann hat man zu viel Speed und rutscht weiter. Das haben die wieder so gut gemacht, diese kleinen Arschnasen. Solche kleinen Hände, Digga. So gebrochen. Und jetzt am besten noch ein Triple- oder Quadra-Boss, um mich komplett hops zu nehmen. Heilt man eigentlich auch mehr Chat, wenn man das Heil-Item doppelhändig nimmt? Oder funktioniert das so nicht? Oder ist das nur mit Damage-Space, dass die da mehr Damage machen? Wisst ihr das? Wie heißt das Schwert? Gebrochener Streamer heißt das Schwert. Das ist ein gutes Schwert. Kann ich nur empfehlen. So, seht ihr? Jetzt aufhören zu sprinten. Ich habe jetzt wirklich gleich keine Lust mehr. Ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr. Gleich. Warum rutscht er jedes Mal da weg, Digga? Was soll denn das? Och, Mann. Das ist wirklich kein Joke mehr gerade. Das ist doch einfach kein Witz mehr gleich. Ja, schön, Digga. Schön. Wollt heute weiterkommen, Bruder. Als irgendein so kleinen Huren, so einen Nuppen-Dungeon. Ich glaube, das war gerade ganz schön knapp. Und ich muss immer die hier töten, weil ich Angst habe, dass die mich sonst... einkesseln und Buddy blocken und tippen. Ich finde es super, wie geduldig du heute bist. Macht beide so HMO-Nights. Man darf sich nicht brechen lassen. Warum bin ich so tanky, sogar nackig? Verrückt. Macht mich irgendwas noch tanky? Voll crazy, Bruder. Echt gut leben, oder? Einfach, weil ich so viel Leben geskillt habe. Oh, die Combo schmeckt so heftig, ne? Schwer, leicht schwer. Mittlerweile tust du mir live Omega los. Diesmal mache ich einfach... einen Zwischenstopp. Gott, ist das immer knapp. Der Bray macht aber gut, der Match, Alter. Einfach diesmal einen Zwischenstopp gemacht. Guck mal, wenn man von hier runterfällt, gar kein Problem. Wie gut die das gemacht haben. Man hat immer, sobald man noch ein bisschen im Sprint ist, oder mit dem Sprinten gerade aufhört, hat man zu viel Speed. Boah, ist die Waffe stark, Digga. Ist das so geil. So geil, Digga. So, ich hoffe, das Pferd schießt uns nicht runter, wenn ich auf korrekt ne Ehrenrunde drehe auf seinem Rücken. Oh. Ich hab so Nasenbluten, Chat. So Nasenbluten. Kannst du nicht deinen Cheatspell wieder usen? Ja. Einmal. Einmal tötet einen das doch nicht. Habt nur so ein Mist aus Metall. Mich wundert es wirklich, wie tankig ich bin. Obwohl ich keine Rüstung gerade anhabe. Sehe dieses Dungeon mehr als meine Freunde. Sarge 1, 2, 3, Todkappe bockt echt beim Zuschauen. Mach weiter so relativ. Kuss, Kuss. Ich freue mich, dass ihr so viel Spaß habt beim Zuschauen. Aber wirklich, das war gerade wirklich ein kleiner Trümmerbruch. Das ist der Dungeon, Bruder. Wirklich genial gemacht. Aber auch einfach so fies, Digga. Okay, hier ist ne Statue auf korrekt. Wichtig und richtig. So, jetzt Pray for the God. Maximal ein Double Boss, bitte. Oder einfach mal, einfach mal einen süßen, einen süßen Single Boss. Auf süß. Einfach einen Single Boss, Digga. Auf niedlich angelehnt. Das wär doch, das wär doch mal ein Leckermäulchen. Das haben wir jetzt eigentlich vorhin bekommen. Wart mal. Gel. Bluthund Ritterrüstung. Komm, die lege ich mal komplett an. Bluthund. Bluthund. Ach du Scheiße. Wäre geil, wenn es einen Knopf gäbe. Komplettes Set anlegen. Ja, ja. Geht. Geht, geht. Ja. Na, der Helm ist halt not the yellow from the egg, aber. Okay. Pray for the God. Hier Flaschen nicht richtig gemacht, Digga. Na, komm mal. Den kennen wir doch, den Ehrenbruder. Dein Angriffsmuster kenn ich noch, Bruder. Alter, mach ich Damage. Komm, ich lass mich einmal töten. Ich hab die Beschwörung gerade aus Panik gemacht. Will aber Solo. Mach mich tot. Mach mich die, oh die. Tag vier. Mein Vater ist vom Zigarettenholen zurückgekommen, aber er hat die Milch vergessen. Finde ich ehrenhaft. Chat, danke für den ganzen Support, der reinkommt. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Hättest du es first 3 geschafft. Aber jetzt erst mal den Boss XP Punkte donaten. Be pötz. Wenn ich hier jetzt ein paar Prime Subs reinregnen sehe, Chat. Geh mal abchecken. Vielleicht ist der Prime Sub ready. Wenn ich ein paar Prime Subs reinregnen sehe, dann mach ich einen nackigen Bananenboot für euch. Ein nackiges Bananenboot, Chat. Heute zähle ich mich aus für euch. Rein mit den Primes. Kostenlos rein mit Twitch Prime und die Emotes genießen. Dann mach ich einen nackigen Bananenboot für euch. Da seh ich doch die Primes. Ein Mann, ein Wort. Der scheiß Boss fühlt sich so verarscht. Ich bin's, Bananen-Tim! Oh, da kommt ein bisschen Damage rein. Sippen, Sippen. Okay, ähm, muss seine Angriffsmuster wieder lernen. Ey, Maudi, danke für die zehn verschenkten Subs. Der Alert kommt gleich. Weil so viele Primes gerade reinkamen, ist das ein bisschen dann aufgestapelt. Vielen Dank für die zehn, Chat. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Gönnt ein paar Yippies und ein paar Bomben. Lass ein paar Bomber fliegen für die Bananenboot-Magic! Digger, das ist so toll. Ich bin sogar so confident. Ich plopp hier sogar noch den Runenbogen! Runenbogen-Bananen-Magic! Ja! Junge, mehr Buffs oben, als Commander Krieger klickt auf Video! Haha! Yippie! Respektiere! Die Runenbogen-Magic! Ehrenlos! Komm, wenn er durchkommt, knallt's! Yeah! Runenbogen-Magic, Baby! Woo! 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 Runenbogen-Magic! Was willst du immer, du Hund? Ha? Hallo! Oha! Asche des Bluthundritters Floh! Aha! Runenbogen-Magic, Digger! Niemand glaubt es, aber mein Chat und ich wissen die wahre Magie vom Runenbogen-Bananen-Hut-Magic! Todeswurzel? Was ist denn das für normal für ein Stuff? Bestienkleriker gesucht und gesucht und verschlungen? Bestienkleriker gesucht und verschlungen. Woher bekommt man die Runenbogen? Ganz seltene Items in der Welt. Bei manchen Händlern kannst du die, äh, kaufen und ganz seltener Drop von Ratten, glaube ich. Wie viele Seelen haben wir bekommen? Okay. Die Seelen sind jetzt noch der Yellow from the Egg, Digger. Also was ein Dungeon, Digger. Was ein Dungeon. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich hier oben hinkomme. So, und jetzt müssen wir direkt, Chat, jetzt direkt weitermachen mit dem Spaß-Paket. Schaut euch da an. Schaut euch den an. Schaut euch den an, den hässlichen. Komm her! Der Runenbogen ist unbesiegbar! Uh! Komm jetzt erst der Alert? Ach du Kacke. Der Arme. Oh. Damage ist was anderes. Äh, Paper Run! Der Foden bebt. Habe ich gerade einen Mana-Pod gesippt davor? Ja, ne? Scheiße. Weiß niemand mehr, du Drecksviech. Hier! Nochmal nicht. Hier! Boah, das hat ihm nicht geschmeckt. Das hat ihm gar nicht geschmeckt! Jaaa, na klar! Man lässt dir dir mal was anderes einfallen, du Hund. Guck mal, man kommt bei dem Viech. Fast gar nicht zum Angreifen. Jetzt siehst du aus der Zippel, Omega-0. Mach über Ehrenbruder Zippel. Keine Scherze. Man muss, glaube ich, immer seinen Kopf treffen. Sonst macht ihm bei dem Viech gar kein Damage. Okay, den Schlag hätte er mich durchbringen lassen können, auf Ehre. Okay. Interessante Frames wieder. An dem Crossfight. Oh ja, das hat ihm aber gar nicht geschmeckt. Oh ja. Das hat ihm auch wieder B getan. Scheiße. Kann man so ein riesiges Viech eigentlich immer missen? Fragt man sich. Oh ja. Was ist jetzt los? Du Scheiße, was war das denn? Boah, das... Ja, und dann ist der, ähm... Der Runenbogen halt auch wieder weg an der Stelle, ne? Schade, Digi. Schade. Runenbogen-Magic-Yippie. Ja, die Magie ist leider schon verflogen. Sorry, Chat. Und noch einen kann ich nicht ploppen. Wir haben nur noch zwei auf Tasche. Aber wir wären doch nicht bei Elotrix, wenn wir nicht für die zweite Runde gehen! Und wir sollen Richtung Spieler gucken. Ich mach von unseren Drei einen animierten... Bam! Runenbogen-Magic! Mit Bananenhut. Guck mal, nicht mal einen Hit durchbekommen. Mann, ist das so ehrenlos. Das ist mal was Neues ein. Du Hund! Was soll das eigentlich sein? Kann das wegrollen? Die Runen gesichert wie die Primes im Chat. Hier! Die Leute, das war gepariert. Puh! Muss immer seinen Kopf treffen, Chat. Ich glaub, sonst mach ich kein Damage. Bisschen Materials einsammeln aus Disrespect. Ach, scheiße, Mann. Oha! Was haben mich da grad getroffen? Die Trümmer, oder? Oh! Das war ein aufgeladener Schlag, Chat. Kommt noch einen! Oh, ja! Jetzt hab ich's glaub' raus. Ich glaub, die aufgeladenen Schläge mag er gar nicht. Jo! Bam! Die mag er gar nicht! Mit nem Bananenhut! Hahaha! Huh! Oh, ich dachte, er schnappt nach mir. Schnapp! Arschloch! Da nehm' ich nen kräftigen Zipper. Alter, was ist das, Chat? Wenn man da drin ist, macht's glaub' dick Aua. Könnt ich mir vorstellen. Jo! 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 Oh mein Gott, ich dachte, es kommt ein zweiter Hit durch. Ach du Kacke, hab ich mich... Der Kackstift hat so gemalt, der Bananenhut hat so gemalt, grad in der Hose. Ach du Scheiße, ich dachte, ich dachte, da kommt noch ein Hit und dann bin ich tot. Ach du Kacke. Da bedanken wir uns doch gleich mal! Scheiße, den hab ich eigentlich kaum sehen, den zweiten. Der wird wehtun! Bam! Komm, Zipper. Sicher ist sicher. Aus Disrespect. Den Heap mit dem Bananenkopf. Uh! Lass dir doch mal was Neues einfallen. Oh oh! Sag getan. Das wird ihm schmecken! Oder auch nicht. Ich glaub, ich hab den Kopf nicht getroffen, oder? Das ist sowieso die Frage. Der größte Gegner der Welt. Trotzdem hat er nicht... Trotzdem hat er eine kleine Hitbox gefühlt. Aber so wird das ihm wieder wehtut! Oh wow! Oh mein Gott! Oh, der dankt mich! Bitte nicht, bitte nicht. Ich kann nicht aufstehen! Bro, was geht... Digga, was eine ehrenlose Kombo. Mal ernsthaft, oder? Bro, was ist das für ein Viech? Aber mit einer schweren Waffe geht der viel besser. Mit meinem Zahnstocher hab ich dem ja gar nichts gemacht. Der Chat weiß es schon. Aber... Es ist soweit. Last Rudelbogen-Bananenkopf! Magic! Boah! Eine saftige Eröffnung. Scheiße. Da bring ich mal eben den Bananenkopf in Sicherheit. Oh, da ist ein Item. Bro, ich seh ihn nicht! Minus eins ohne. Ehrenlos! Wer mitzählt? Aua. Jetzt bin ich grad ein bisschen zu overhyped. Okay, interessant. Schnell, schnell, schnell. Wichtig, dass der Zipper durchkam. Schild ist aktiv. All good. Ja, der hat den Kopf getroffen. Scheiße! Mann, das muss ich doch wegrollen langsam können. Guck mal. Wie soll man ihn da mal überhaupt einen Hit durchfliegen? Was ist das eigentlich für eine ehrenlose Scheiße? Ja. Die hat alles getroffen, nur nicht den Gegner. Bro, wie kann man so einen Riesengegner immer missen, Alter? Der Bananenkopf ist einfach im Weg. Ah, Timing, Bitch. Okay, da war das Timing nicht beim Start. Wir verlieren hier grad wieder zu viele Heatpots. Boah, das hat ihm gar nicht geschmeckt. Diesmal wusste ich's. Hey, Mann, wo schlägst du denn hin, Bruder? War nicht der Kopf, oder? Ja, ich hab's Timing mittlerweile drauf, Chat. Ihr seht es. Jetzt kommt noch einer. Stampfer. Daneben. Rolle. Jetzt rollen. Sprung. Schwerer Schlag. Bam. Wieder nicht den Kopf getroffen. Schade. Schweif. Scheiße. 5 FPS hat der Fight, Bruder. Rolle aus der Hölle. Keine Ahnung. Ganz schnell Paper Run. Einen Zipper nehmen auf Gierig. Komm, das trifft doch den Kopf. Komm, das trifft doch den Kopf. Ach, Mahan. Scheiße. Einerseits kommen wir so ein bisschen. Fuck this. Ein Zipper. Ich bin noch rausgekommen. Ein bisschen looten. Was soll der Geiz? Ich glaube, der ist langsam sauer. Ein bisschen sauer ist. Oh, der hat gebaitet. Habt ihr gesehen? Der hat neue Mechaniken gelernt. Ein Zipper. Das war's wieder. Komplett. Oh, yes, Baby. Ich dachte, das war's schon. Aber wir haben so viele Mana-Pots. Das wird noch. Oh, ja. Das hat den Kopf getroffen. Das hat meine Fresse getroffen. Einfach rennen. Ein Zipper. Komisch. Diesmal haben wir zwei Hits bekommen. Einfach Hyperstrahle. Yep. Tja, Chat. Das war's an der Stelle wieder komplett. Jetzt müssen wir leider ohne Rudenbogen-Magic kämpfen. Weil kein Rudenbogen mehr. Alle weggeintert. Alle weggeintert, Chat. I'm sorry. Bro! Das ist nicht hier sterben. Äh, nicht mit Donations, Chat. Ihr müsst mir glücken. Ihr müsst mir Glück donaten. Und zappen. Guck mal, warum trifft das nie? Es ist so frustrierend. Jetzt aber! Der baitet, der zaubert gerade nicht, oder? Jetzt hat er doch seinen Kopf getroffen, oder? Ihr müsst immer Chat, wenn ihr... Ihr müsst auf den Damage achten, okay? Das ist eure Aufgabe. Das war ein Headbang. Ihr schreibt immer in den Chat Headbang. Immer, wenn ich den Kopf treffe... Aua. Immer, wenn ich den Kopf treffe, müsst ihr... einen vollen Headbang. Okay, das war mein Kopf. Also seid mir nicht böse. So eine dumme Mechanik, Digga. Ja, 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 ja. Deine Hufenmutter. Ich werde auch mit meinem Stahlschwanz verhauen, Digga. Hehe, lol. Lol, ich dachte, er fällt runter. Aber die sind zu smart. Oh, Mann. Oh, schade, Digga. Nein. Hehe, er ist stuck. Wie Kommander-Klingger ist... Ach, scheiß drauf. Haha! Lol, er ist stuck. What's my... What's poppin'? He's out. He's out of control! He's out of control! Gott, was... Hä? Ich war in ihm. Das hat sich nicht gut angefühlt. Man trifft halt echt sehr selten den Kopf. Ich hab da irgendwie noch nicht die perfekte Strategie für. Oh, Mann, oh... Oh, Mann, oh... Oh, Mann, oh... Ich schwöre bei Gott, ich hab gewollt. Ich schwöre bei Gott. Oh, den hab ich doch kommen sehen, ich Idiot. Ich hab da so Nasen-Durier-Bratt. Auf seinen Arsch. Och, Mann. Wie kann der immer so ein riesiges Ziel mit einem Großschwert nicht treffen? Es ist so nervig, Digga. Was kann man da machen, außer weglaufen? Fragezeichen, Ausgleichzeichen. Und wieder daneben. Das hat sein Bild getroffen. Das war glaub'n nicht sein Kopf. Oh, Mann, oh... Ja... Oh, der fuckt so ab, ich schwöre bei Gott. Das ist einfach nur ein Kraftakt, der fight. Ich drück' Kreis, Bruder. Der fight dann auch wieder 10 SPs! Da hab ich draufgeschissen, Digga. Da muss irgendeinen Trick geben. Irgendeinen Trick geben, wie man dem mal einen nennenswerten Schaden macht. Boi-Shiiiiit! Der soll blutungsanfällig sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Meint ihr wirklich... Sein Hintern-Chat ist auch eine gute... ...ne gute Zone? Kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl, da ist wahrscheinlich die Panzerung niedriger, oder? Oh, ich wollt' mich doch nicht heilen. Gut. Er fuckt so ab, ne? Wo sind meine Seelen, Alter? Neue Runde. Neues Glück. Kannst du hier den Schweif abschlagen? Glaub nicht. Glaube nicht. Ich will den jetzt legen. Der ist wirklich eklig, oder? Oder, Chris? Was ein Gegner. Jetzt nehmen wir erstmal einen Healpot mehr mit. Was ein Gegner. Geist beschwören. Ich glaub, der Geist wird totgefickt. Aber egal. Mit der großen Waffe geht's. In meinem Zahnstocher hab ich dem ja gar kein Damage gemacht. Ich krieg halt nicht mal nach dem Move meistens einen Schlag durch. Und wenn, dann erwischt er mich immer mit seinem Schweif eigentlich als Punish direkt. Ausdauer regenerieren. Ihr habt recht, die weißen Stellen an seinen Kopf. Ist das ein Schwanz! Guck mal. Ah, dieses Schwert ist unnützlos, wie es groß ist! Ja, na klar. Dieser scheiß Hurensohn. Ja, ja, ja. Mann, ist das schön. Immer wieder denselben Move. Und dann ist er so weit weg, dass man nicht mal an ihn rankommt. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Bum! Gott, ist das viel hässlich. Ja! Wo ging der Hit wieder hin? Oh, ich schütt spiel. Schütt spiel. Ja, wie das Schild weggehintert. War nicht ein Mana-Pot. Ich trinke, obwohl ich nicht wollte. Weil das Spiel so ein Input-Delay hat, Mann. Aua. Die kann ich eigentlich so selten seinen Kopf erwischen. Ach, Mann, oh. Der hat wieder gebaitet, oder? Am Arsch schlagen mag er gar nicht, Chat. Den kriege ich einfach nie durch, die Rolle danach. Er bringt 10 FPS, Mann. Aber ich habe viele Heal-Pots noch. Machbar. Den Lachs. Guck mal, das trifft nie. Das fangt ab! Das fangt ab! Ja, komm, schieb mich wieder von der Map, bitte. Dann will ich das Hit in mir ab. Bitte nicht! Bitte nicht! Oh Gott, das sah noch aus, als wäre ich drinne. Wieder sammeln, wieder sammeln. Ja, wenn ich den halt mache, ich kriege immer den Schlag danach von ihm. Immer. Oh, das nervt so. Schau dir das an. Was soll das? Ey, was soll das? Er fuckt so ab, Digger! Ja, jetzt macht er die Scheiße wieder. Den ganzen Tag bist du nur am Rumrennen, du Hurensohn. Ah, chillig. Okay, der kostet mir echt den letzten Nerv. Was soll man machen mit seinem verdammtes Super-Kami-Hara? Ja, jetzt hat es wieder nicht getroffen, obwohl ich auch nur weggelaufen bin. Endlich mal wieder was Neues. Hurra! Oh Gott. Ein Hit kriege ich. Zwei Hits habe ich durchgekommen. Wow. 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 Ich würde so gerne mal jemanden sehen, der sich richtig auskennt mit seinen Angriffsmustern. Was man da machen muss, Alter. Carsten reagiert nicht auf Ausröster, weil Carsten sich verändert hat in der Vergangenheit. Auch Carsten bei dem Gegner, Kapp-O-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Gai. Das habe ich gerade so aus Prediction nur alles wegrollen können. Das trifft mich immer, Chad. Das ist so frustrierend. Meine Fresse, ich wäre hier nicht weggekommen. Das ist so schlimm. Ein Hit fliegt man dann durch. Muss doch eigentlich mehr machbar sein. Da hatte ich kurz Arschknattern, bin ich ganz ehrlich zu euch. Einfach laufen, Digga. Heil dich mal. Kenn nicht mehr genug Mana, Bro. Siehst du ja auch Heilung des Fürstens oben durchgesprochen. Durchgestrichen. Ich geh auf Toilette. Ich geh auf Toilette.